Kamera, da läuft. Für Kärnten zu arbeiten ist so viel mehr als ... Ich hab den ersten Satz vergessen. Es bedeutet, euch wirklich zuzuhören. Es bedeutet, sich einen Text merken zu können, der über vier Zeilen geht. Das irritiert mich mal, wenn es dich fast auf die Gutschen hat. Ich hab vorher einen falschen Text gesagt, im Übrigen. Warte, ich muss mal kurz die Nasen putzen. Mein Name ist Sebastian Schu ... Jetzt quitscht ernsthaft meine Nasen, sorry. Das war jetzt nicht ganz richtig, glaube ich. Geht? Ja? Ja? Ja, passt. Reicht von Anfang an weg. Mhm. Achso, okay, das heißt, aber ... Ja? Okay? Okay? Geht? Passt? Ah, okay, passt. Okay, haut hin. Geht? Ja? Geht? Passt? Passt? Ja? 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 Okay? Ja? Passt? So. Passt? Muss der Text der Richtige sein? Mir ist es wurscht. Ich hab jetzt nämlich irgendwas geredet. Das ist ja komplett egal. Leg mich am Arsch, es ist da hier oben kalt.